Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute möchte ich mit dir über die vaginale Trockenheit sprechen und vor allen Dingen darüber sprechen, dass es eben nicht nur die ältere Frau in den Wechseljahren betrifft. Nein, ich möchte sogar so weit gehen, dass es fast jede Frau jeglichen Alters betrifft. Warum ich das behaupte, erkläre ich dir gleich. Wenn du zum Beispiel die Antibabypille nutzt oder auch die Hormonspirale nutzt, du Tampons benutzt oder aber auch wiederkehrende Vaginalinfekte hast, vielleicht ja auch eine Stoffwechselstörung, das PCO-Syndrom oder aber auch intensivierte Intimhygiene betreibst, wirst du dieses Problem früher oder später auch mal haben können. Woran das Ganze liegt und vor allen Dingen, wie wir dagegen vorgehen können, erzähle ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Um zu verstehen, warum die Vaginalschleimhaut sich auf einmal trockener anfühlt oder auch sogar trockener ist, muss man ja erstmal verstehen, wie sie überhaupt befeuchtet wird. Und das ist relativ easy erklärt, denn da hat ein Hormon wahnsinnigen Einfluss drauf und das sind die Östrogener. Das Östrogen sorgt quasi dafür, dass die Vaginalschleimhaut wahnsinnig gut durchblutet ist und sich in diese Schleimhautzellen Glykogen einlagert, ein Zuckermolekül, wenn man so möchte. Und dieses Zuckermolekül ist die Fressensgrundlage von Bakterien, den sogenannten Lactobacillen oder auch den Milchsäurebakterien. Diese Bakterien nutzen nämlich Glykogen und ein Stoffwechselprodukt aus diesem Futtervorgang ist eben Laktat, die Milchsäure. Milchsäure wiederum sorgt dafür, dass keine anderen Keime und Erreger sich dort ausbreiten können. Es ist also ein eigens geschaffenes Milieu allein für diese Mikroben der Lactobacillen. Wenn dieses Milieu durcheinander kommt, kann man sich vorstellen, können andere Keime wuchern. Und deswegen ist Östrogen halt so enorm wichtig. Es sorgt erstens für die Durchblutung und die Befeuchtung der Vaginalschleimhaut ist quasi nichts anderes als ein Transsudat. Also Wasser aus den Gefäßen, Plasma aus den Gefäßen, was in die vaginalen Schleimhaut eindringt. Fehlt Östrogen, fehlt die Durchblutung, dann wird diese Schleimhaut atroph, trocken und rissig. Und jetzt verstehen wir auch langsam, warum zum Beispiel Kontrazeptiva, hormonelle Kontrazeptiva, manchmal Vaginaltrockenheit machen können. Denn wenn du die Pille schluckst, die ja zum Teil synthetisch hergestellt ist, Östrogen, und Gestergenkomponenten haben, dann lässt du deine Eierstöcke ja die eigene Hormonproduktion einstellen. Das körpereigene Östrogen, das körpereigene Progesteron fehlen. Und das fehlt natürlich dann auch in deren Wirkung, sodass man, obwohl man das Gefühl hat, ich nehme ja Hormone ein, trotzdem die körpereigenen Funktionen nicht klappen können. Und Frauen haben deswegen oft auch eine vaginale Trockenheit. Betrifft jetzt nicht nur die Pille, betrifft auch die Hormonspirale, betrifft auch den vaginalen Verhütungsring zum Beispiel. Und nein, natürlich nicht bei jeder Frau. Das liegt ein bisschen daran, auch von der Konstitution, wie viel Eigensynthese der eigenen Östrogene habe ich denn noch? Und reichen die aus, meine Vaginalschleimhaut zu befeuchten? Weiterer Punkt ist natürlich intensivierte Intimpflege. Gibt es ja immer wieder, hört man überall, auch in den sozialen Medien. Hier ist ein Dampfbad für die Joni, eine Vaginalspülung, also ganz furchtbar für Gynäkologen. Denn man spült sich ja aus der Vagina die Bakterien raus, die man dort braucht, um die Prozesse anzutreiben, die ich gerade genannt habe. Also, die Vagina an sich gehört nicht gereinigt. Was man reinigen kann, das ist die Vulva, also das, was man außen sieht. Innen drin keine Reinigung, bitte. Wiederkehrende Vaginalinfekte, Pilzinfektionen zum Beispiel, aber auch andere bakterielle Infektionen, führen natürlich zum Ungleichgewicht dieses Vaginoms, also dieses vaginalen Mikrobioms. Hier ist natürlich die große Störung. Wir haben vielleicht gar keinen Östrogenmangel, aber wir haben einen Mangel an den Laktobatzzellen. Also können andere Bakterien sich immer schön munter fortpflanzen und immer weiter dieses Milieu stören. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist natürlich die Hauptaufgabe, die wir GynäkologInnen dann haben, um quasi da wieder zu einem normalen Milieu zu führen. Jetzt kommen wir mal zu den Frauen, denen man eine vaginale Trockenheit ja oft nachsagt. Das sind die Frauen in den Wechseljahren. Ganz klar, wir haben einen Östrogenmangel, einfach physiologischerweise. Die Eierstöcke reduzieren ihre Funktion im Alter. Ab dem 40. Lebensjahr geht das los. Und je weniger Östrogen wir haben, desto weniger Befeuchtung haben wir. Desto trockener wird auch die Schleimhaut und desto empfindlicher für Berührung. Geschlechtsverkehr zum Beispiel kann mitunter einfach nur nach Schmerzen Blutung verursachen. Und danach hat man einen Vaginalinfekt. Denn wo kleine Verletzungen sind, können natürlich auch Keime sehr schön eindringen. Und je nachdem, welche Frau ich ja vor mir habe als Frauenärztin, muss ich natürlich schauen, welche Diagnostik ich anstrebe. Natürlich, wenn ich jetzt eine 56-jährige Frau vor mir habe, eine Untersuchung mache und sehe schon, die Vaginalschleimhaut ist atroph, ist trocken, hat keine Durchblutung mehr, ist schon so gefeldert. Wir sehen das auf den ersten Blick und können mit einem Abstrich auch nur unter dem Mikroskop gucken, ob spezielle Zellen da sind, ob ein Östrogenmangel herrscht, ja oder nein. Entsprechend fällt natürlich auch die Therapie aus. Ganz anders wäre es jetzt zum Beispiel bei einer Frau mit einem PCO-Syndrom, einem polizistischen Ovar-Syndrom, die ja wahnsinnige Problematiken haben mit der körpereigenen Hormonproduktion. Auch hier haben wir einen relativen Östrogenmangel. Hier muss ich also irgendwie stoffwechseltechnisch gucken, dass der wieder in Schwung kommt, damit die eigene Hormonproduktion wieder angetrieben wird. Also hier ist eine ganz andere Diagnostik und eine ganz andere Therapie nötig. Außerdem, was viele nicht wissen, Frauen nach der Periode, die ersten 3, 4, 5 Tage, als es das letzte Mal geblutet hat, gibt es oft dieses trockene, rissige, unangenehme Gefühl. Viele Frauen denken, was ist denn jetzt los, kriege ich einen vaginalen Pilz, aber dann geht es wieder weg. Liegt natürlich auch daran, dass am Ende der Periode das Östrogen ganz niedrig ist. Nutzt du jetzt noch einen Tampon, was die Vaginalschleimhaut natürlich nochmal zusätzlich austrocknet, gibt es diesen Effekt, dass man sich wahnsinnig trocken anfühlt. Hier wäre zum Beispiel ein Tipp, das Tampon zum Beispiel auszutauschen gegen eine alternative Möglichkeit, wie zum Beispiel eine Menstruationstasse oder auch die Baumwollbinde etc. Einfach mal das Tampon weglassen, um zu schauen, wird es schon besser, ja oder nein. Die Frage nach der Intimhygiene, die Frage nach den Verhütungsmitteln, auch die Frage nach der Vergangenheit. Gab es in der Vergangenheit schon mehrere Vaginalinfekte? Ist ganz, ganz wichtig bei unserem Anamnesegespräch. Und entsprechend richtet sich natürlich auch die Therapie. Sagen wir mal, wir haben einen Östrogenmangel. Es macht ja nur Sinn, dem Körper, an der Vaginalschleimhaut zum Beispiel, an Ort und Stelle das Östrogen zurückzugeben. Und das in Form des Östriols. Ist quasi ein Stoffwechselprodukt des normalen Estradiols. Und das Estriol hat den Vorteil, dass es relativ schwach im System wirkt, aber relativ gut auf die Schleimhalte wirkt. Das heißt, man hat recht wenig Nebenwirkungen und keine Gefahr für irgendwelche Krebserkrankungen und hat trotzdem einen maximalen Effekt an der Vaginalschleimhaut. Was außerdem Sinn machen kann, ist DHEA. Das gibt es tatsächlich selten. Als Fertigarznei ist meistens eine Individualrezeptur. Als bioidentisches Hormon, zum Beispiel als Zäpfchen oder als Creme, gibt dem Körper aber auch das zurück, was ihm fehlt. Denn meistens ist nicht nur das Östrogen bei wechseljahrsbedingten Beschwerden gesenkt, sondern eben auch die Androgen und andere Hormone, die wichtig sind für die Vaginalschleimhaut. Habe ich bei rezidivierenden, also immer wiederkehrenden Vaginalinfekten das Problem, dass die Milchsäurebakterien in der Minderzahl sind oder dass das Gleichgewicht nicht zu stimmen scheint, kann man natürlich per Zäpfchen oder auch Creme dem Körper die Milchsäure zurückgeben und auch die Milchsäurebakterien. Es gibt also richtige Stämme in solchen kleinen Zäpfchen oder Cremes, die das Ganze wieder aufbauen sollen. Zusammen mit zum Beispiel Hyaluronsäure oder auch einer fetthaltigeren Creme, Ringelblume zum Beispiel, kann diese vaginale Schleimhaut wieder regenerieren, ohne dass man jetzt zu Hormonen oder irgendwelchen Parabenen greifen muss. Ein zusätzlicher Effekt ist natürlich, dass man durch diese Zäpfchen das Vaginalschleimhautmilieu eh wieder in den sauren Bereich bringt, also pH von 4 anstrebt. Ein bisschen aufpassen muss man mit diesen Milchsäurehaltigen Präparaten, wenn ein Schleimhaut wirklich sehr geschunden ist, also kleine Mikrorisse da sind, denn wenn ich Milchsäure auf so eine vulnerable Schleimhaut gebe, dann passiert eines, das tut weh, das bitzelt, das brennt und die Frau bricht sofort die Therapie ab. Hier müsste ich also wirklich erstmal mit pflegenden und reichhaltigen Cremes einen Schutzmantel aufbauen und dann erst wieder mit der Milchsäure arbeiten. Das kann man in einer schönen Kur machen, man macht die ersten 3-4 Tage wirklich erstmal mit einem Zäpfchen, was reichhaltig ist, gibt man dem Körper das zurück, was er jetzt braucht, Schutzbarriere, und dann arbeitet man erst mit der Milchsäure. Milchsäure ist auch ein super wichtiger Punkt, denn man kann auch die Vaginalschleimhaut unterstützen, indem man Oralprobiotika zu sich nimmt, also für die Darmflora eigentlich Bakterien zur Verfügung stellt. Die vaginalen Bakterien, die wir wollen, kommen, und das weiß man, aus dem Darm. Ein gesunder Darm sorgt also dafür, dass die Vaginalschleimhaut auch gesünder ist. Also auch hier empfiehlt sich eine Kur mit Probiotika, um der Vaginalschleimhaut zu helfen. Das ist aber nichts Akutes, sondern sollte eher mittelfristig betrachtet werden. Das war ein kleiner Ausflug in die Komplexität der vaginalen Trockenheit. Klingt ja erstmal so banal, ist es aber tatsächlich nicht, denn es gehört genau geschaut, woran liegt es und wie kann ich der Frau dann helfen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus diesem Video und wisst jetzt vielleicht, dass kurz nach der Periode es sich trockener anfühlen kann, dass das Östrogen eine große Rolle spielt und dass man nicht zu diesen Joni-Dampfdingern greifen sollte, wenn sie einem gerade angepriesen werden im Internet, denn das ist großer Quatsch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffentlich mit weniger Quatsch. Bis dahin, viel Spaß und Tschüss! Bis dahin, viel Spaß! Vielen Dank.